Bitte schön, der Herr. Ich möchte gerne eine schöne kleine Reise machen. Hatten der Herr an was Bestimmtes gedacht? Ich war letztes Jahr in Marienbad. Nun möchte ich mal wieder in eine andere Richtung. Wie wär's denn mit dem Spessart? Och nö, die Wirtshäuser und Spukschlösser kenne ich schon auswendig. Was halten Sie von Kloster Matt? Kloster Matt, die gehört? Da ist neulich sogar ein Film gedreht worden. Ach, wohl wieder so einer von der neuen Welle. Diesmal ist es mir eine kalte Welle. Ein Musical im Schnee. Also ein Frostickel. Wär vielleicht gar nicht mal so unübel. Wer spielt denn mit? Katharina Valente, Walter Giller, Hanne Wider, Georg Tomala und noch viele andere. Ach, sehr interessant. Die sind alle im Kloster Matt im Hotel Altenblick. Och, dann fahr ich da hin. Das heißt, wie steht's denn mit der Bedienung? Sowas von Bedienung haben Sie noch nicht erlebt. Probe die Speisekarte, bitte. Bitte sehr. Nee, ich hab ja Rotwein bestellt, ne? Das ist ja Rotwein. Auch der Hausdiener im Grand Hotel braucht Geschick und braucht Verstand. Jedem Gast hält er die Türe auf, aber nie die eigene Hand. Also, dann besorgen Sie mir mal ein schönes Zimmer mit fließendem Wasser. Schneewittchen! 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 Wir haben dich erkannt. Du bist uns vom Himmel gesandt. Schneewittchen! Schneewittchen! Das Spieglein an der Wand Sagt, du bist die Schönste im Land Seien Sie doch netter zu den Leuten Zu den Gästen? Ach, Gäste, Gäste haben wir nur Ich meine das Personal Wenn Sie sich verstimmen, rennen Sie zur Konkurrenz Wir haben da extra einen Fernseherberat angeschafft Ja, aber Sie finden das Programm nicht gut Kapito, Kapito, Kapito Adio Wir wandern weiter Wir wandern weiter Das ist gescheiter Man ist als Dame eingezwängt in eine Rüstung Fort mit der Brüstung Die hält nur auf Danke, danke ist genügt Was nützt das schlechte Leben? Das Ackern und das Streben Dann lieber einen heben Ja eben, na Prost! Ist das nicht ein wunderschönes Leben, Herr Schmidt? Ich am Steuerrad und Sie daneben, Herr Schmidt Ist das nicht sehr abendeuerlich? Genau derselben Meinung bin auch ich Oh, guck mal, na Mensch Was ne schöne Hund Ne Art Bernardine, nicht? Sieht doch mal da oben Schneewittchen und die böse Schnulze Hoffentlich brichst du dir was Schönes, du Mistkäfer Heute ist Sonntag Auch wenn's nicht im Kalender steht Nadic steht zwar Wochentag, doch das seh ich nicht ein So viel Glück und Sonnenschein, das kann nur ein Sonntag sein Also, dann geben Sie mir mal eine Fahrkarte nach Klostermatt Bitteschön, mein Herr Das ist ja eine Kinokarte Ich will mir doch Klostermatt ansehen Das sehen Sie ja auch Wo denn? Demnächst in diesem Theater In diesem Theater? Da muss ich mir ja Schuhe anziehen Da warte ich lieber die fünf oder zehn Jahre Bis der Film im Fernsehen läuft Und mit der Film im Fernsehen list Vielen Dank.